Hamburg Aktuell, der Stadtnachrichten-Podcast von den Radiosendern Hamburg 2 und Radio Hamburg. Hallo und willkommen. Heute ist Dienstag, der 26. März. Ich bin Marc Elvers. Worüber sprechen die Hamburger? Was bewegt uns? Was sind die Themen der Stadt? Hier erfahrt ihr es in eurem Stadtnachrichten-Podcast montags bis freitags immer um 17 Uhr online, überall wo es Podcasts gibt und pünktlich zum Feierabend um halb sechs im Radio beim Radiosender Hamburg 2. Ja, 100 Jahre, so lange gibt es schon den Paritätischen Wohlfahrtsverband Hamburg. Und das wird in diesem Jubiläumsjahr natürlich gefeiert, aber was macht der Paritätische eigentlich? Und wer ist Mitglied? Wo liegen die Herausforderungen und wo geht es in Zukunft hin? Darüber spreche ich jetzt mit der geschäftsführenden Vorständin Christine Ahlheit und den Überblick über die aktuellen Hamburg News, den bekommt ihr dann am Ende der Folge. Ja, bei mir zu Gast ist heute jemand, den einige von euch vielleicht schon kennen. Sie war Bürgermeisterin von Pinneberg und bis 2017 Sozialministerin von Schleswig-Holstein. Heute ist sie geschäftsführende Vorständin beim Paritätischen Wohlfahrtsverband hier in Hamburg. Herzlich willkommen Christine Ahlheit, schön, dass Sie da sind. Ja, ich freue mich, dass ich hier sein kann. 100 Jahre Paritätischer Wohlfahrtsverband Hamburg, eine extrem lange Zeit. Zur Einordnung habe ich mal so rausgesucht, im Jahr 1924 ist zum Beispiel Lenin gestorben, das erste Fax wurde über den Atlantik geschickt und in Berlin wurde der elektrische S-Bahn-Betrieb aufgenommen. Eine ganz schön lange Zeit, ne? Ist eine ganz schön lange Zeit, ja. Seitdem ist ja auch viel passiert. Was macht denn der Paritätische Wohlfahrtsverband? Wofür sind Sie da? Ja, wir sind tatsächlich in Hamburg ein reiner Mitgliederverband. Das heißt, wir haben über 400 Mitglieder. Das sind soziale Träger, die in allen Bereichen der sozialen Arbeit was machen. Also Kitas, Pflegeeinrichtungen, queere Organisationen, die Aids-Hilfe, Frauenhäuser. Also alle im sozialen Bereich können bei uns Mitglied werden, wenn sie gemeinnützig sind. Also von klein bis groß, da hat wahrscheinlich jeder mal Berührungspunkte gehabt. Genau, wir haben Elterninitiativen bei den Kitas und ganz große Träger. Also zwischen wirklich auch Vereinen, die nicht mal einen Festen beschäftigt haben, bis zu großen Arbeitgebern haben wir alles bei uns. Das macht das Bild bei uns so groß, auch sozusagen die Gemeinsamkeiten manchmal relativ breit. Aber wir haben ein wirklich gutes Bild und eine gute Abdeckung aller Bereiche bei uns im Paritätischen. Und egal wie groß man ist, darum paritätisch, es hat jeder die eine Stimme. Richtig, genau. Das ist einer unserer Kerngeschichten, dass man paritätisch ist. Dafür stehen wir, jeder ist gleich wichtig, ja. Diese 100 Jahre, da gibt es ja bestimmt so ein paar Meilensteine, besondere Dinge, die der Paritätische in Hamburg hervorgebracht hat oder als erstes gemacht hat, oder? Gibt es da was Besonderes? Ja, das Essen auf Rädern ist tatsächlich sowas, was von uns kommt. Insgesamt in Deutschland, bundesweit sozusagen? Das meine ich ja. Also hier in Hamburg auf jeden Fall. Das hat mit einer Mitgliedsorganisation, mit der wir das zusammen auf die Beine gebracht haben und die Etablierung eben auch über den Paritätischen. Das ist einer der Dinge, die uns wirklich ausmachen. Und wo uns vielleicht viele, auch die uns jetzt zuhören, wahrgenommen haben, ist die Kampagne Mehr Männer in Kitas. Die kam von uns und da erinnern sich tatsächlich viele dran, weil das ein unheimlich toller, starker Auftritt von uns war. Ja, ich habe tatsächlich auch gelesen, die erste Babyklappe war auch eine Initiative. Ja, auch von einem Träger bei uns. Genau, solche Geschichten haben wir, das erste Frauenhaus haben wir mit aufgebaut und so. Also gab viele Meilensteine, aber woran man sich eben erinnert, deswegen fielen wir die Mehr Männer in Kitas jetzt gerade nochmal ein. Also ja, das ist ja auch was Besonderes, glaube ich. Mein Sohn ist selber, oder mein Sohn geht noch zur Kita und da stellt man das ja auch fest. Ich glaube, es gibt zwei Männer und 13 Frauen. Aber es gibt immerhin zwei Männer. Und das ist in anderen Bundesländern noch ganz anders. Also wir sind mit der Quote noch nicht zufrieden, aber wir haben signifikante Unterschiede in Hamburg zu anderen Bundesländern. Ja, das ist ja auch ein Fortschritt auf jeden Fall in die richtige Richtung. Sie haben es gerade schon gesagt, Sie haben 400 Mitglieder. Über 400 Mitglieder. Über 400 Mitglieder. Als es losging, wie viel waren es da vor 100 Jahren? Genau. Also wir haben mit zehn Mitgliedern sind wir gestartet vor 100 Jahren, ziemlich genau vor 100 Jahren, am 7. April. Das muss ich jetzt korrigieren, weil wir sind in Frankfurt. Genau. Naja, Nachfolgeverband hören wir nicht so gern, weil tatsächlich gab es eben vor dem Krieg 1924, das wurde in Frankfurt, wurde damals die Vereinigung der freien, privaten, gemeinnützigen Wohlfahrtseinrichtungen Deutschlands gegründet. Und das war dann tatsächlich zu der Zeit der fünfte Wohlfahrtsverband, den es gab. Deswegen hießen wir dann auch lange, wirklich offiziell, weil der andere Name, den ich eben genannt habe, so lange war, fünfter Wohlfahrtsverband. Und da fragt man sich ja so ein bisschen, wenn es schon vier Wohlfahrtsverbände gab, warum braucht es uns denn eigentlich noch als den fünften? Aber das lässt sich ganz gut wirklich erklären, weil wir eben derjenige Wohlfahrtsverband sind, der nicht konfessionell gebunden ist, der keine weltanschauliche Grundlage hat, sondern wir sind tatsächlich der Wohlfahrtsverband, wo sich alle freien und nicht gebundenen Träger organisieren. Also unabhängig, wenn man jetzt nichts mit Kirchen zum Beispiel zu tun hat. Oder die AWO mit der SPD. Also wir sind die, die unabhängig sind an der Stelle. Und das war natürlich eine Notwendigkeit, weil 1924 liefen die Gelder, die staatlichen Gelder ausschließlich über Wohlfahrtsverbände. Das heißt, wenn Träger, die sich eben nicht binden wollten, einem Wohlfahrtsverband angehören wollten, dann musste es uns geben, damit die auch die Gelder vom Staat bekamen. Dass das sozusagen verteilt wird. Genau. So ein Jubiläum wird ja auch gefeiert. Jetzt gibt es sicher Interessierte, die mal gucken wollen, was machen Sie denn, wo sind Sie denn überall so unterwegs? Was gibt es denn für Aktionen vielleicht? Wo könnte man mal hin, vorbeischauen? Genau. Also im Moment ganz konkret sind wir auch richtig stolz drauf. Hat viel Arbeit gemacht und ist, glaube ich, was ganz Schönes und Buntes. Wir haben eine Ausstellung in der Rathausdiele. Da ist jetzt für jetzt nur noch zweieinhalb Wochen, stellen wir uns vor, unsere Arbeitsbereiche, unseren Werdegang. Da kann man gucken. Das ist sehr kurzweilig und sehr informativ. Das ist so die schnellste Möglichkeit. Wir haben dann, daran kann man dann leider nicht teilnehmen, wenn man nicht jetzt schon eingeladen ist. Aber ich will es trotzdem erwähnen, weil wir schon sehr stolz sind. Wir haben einen Senatsempfang, den wir jetzt Anfang April eingeladen werden und der erste Bürgermeister auch spricht und uns ehrt. Das ist schon sehr wichtig und schön. Aber natürlich feiern wir noch mehr und wir haben uns so einen Feierraum. Die ursprüngliche Idee war mal 100 Tage. Da sind wir jetzt etwas drüber. Aber alle unsere Bereiche machen auch Fachveranstaltungen oder auch Kulturveranstaltungen. Also zum Beispiel die Jugendhilfe macht eine Ausstellung im Jupiter und hier in der Innenstadt. Genau, wo Fotos sind von den Betroffenen, die Aussagen über sich treffen, die eine schöne Schnittstelle zwischen künstlerischem Engagement und einer guten sozialen Aussage sind. Wir haben im Eingliederungshilfebereich stellen sich ganz viele Träger vor. Da kann man auch wirklich hingehen und sich mal über einen Träger, der bei einem um der Ecke ist, informieren. Aber wir haben auch richtig gute, gute im Sinne von richtig hohe Fachveranstaltungen, die für die Träger und Bereiche sind. Wir haben einen Veranstaltungskalender, den man wirklich bei paritätische.de Hamburg kann man sich gucken. Und ganz abschließend am Ende haben wir tatsächlich ein Konzert in der Elbphilharmonie mit einem unserer Mitglieder, dem Hamburger Konservatorium und dem Publikumsorchester, wo man auch hinkommen kann. Die Kartenvorverkauf beginnt im 8. April. Uns war es tatsächlich wichtig, auch mal an einem anderen Ort zu erscheinen und einfach uns richtig nur zu feiern. Ja, das ist natürlich auch der perfekte Rahmen. Ja, genau. Und die Elfi will ja ein Haus für alle sein. Also mit uns wird sie ein Haus für alle. Das ist, glaube ich, auch eine gute Botschaft. Guter Ort, Senatsempfang, in der Elfi ein Konzert. Also mehr kann man ja eigentlich gar nicht machen. Ja, und dazwischen ganz viel und Sommerfeste. Also wir haben ein ganz buntes Programm. Es war uns wichtig, auch über einen längeren Zeitraum unsere Breite auch darzustellen. Deswegen ist es ein sehr buntes Programm. Haben Sie eigentlich so ein Herzensprojekt? Etwas, das Ihnen neben den ganz vielen Dingen, die der Paritätische macht, ganz besonders am Herzen liegt oder der Ihnen besonders wichtig ist? Naja, wir haben wirklich, wir haben so Kernbereiche, die... Oder Träger jetzt oder sowas vielleicht? Oder ja. Ich habe alle meine Träger lieb. Logisch, ja. Genau. Aber es ist tatsächlich, also wir haben so Kernbereiche, die, ich sehe, Routine ist, also Routine im besten Sinne, wo natürlich jährlich Verhandlungen laufen, wo Prozesse mit der Stadt, wo wir in Arbeitskreisen die Träger vertreten, wo wir im Moment eben auch, und das ist sozusagen natürlich ein Teil von Herzensprojekt, die Finanzierungssituation wird im Moment in Hamburg nicht leichter. Und unsere Kernaufgabe ist es, für eine gute finanzielle Ausstattung der sozialen Träger zu sorgen, die eben nicht selbstverständlich ist, die eigentlich immer wieder erkämpft werden muss. Und da sind die Rahmenbedingungen im Moment wirklich nicht leicht. Die Tarifspreizung ist sehr groß. Wir haben Fachkräftemangel, also es ist eine sehr schwierige Situation, uns da einzusetzen und gute Verhandlungen zu führen. Das ist unser Kernthema, aber es ist wirklich schwierig und wir erreichen nicht immer das, was Träger sich wünschen. Aber der Zusammenschluss von Trägern führt natürlich dazu, dass wir stärker sind, als wenn die Träger alleine vorstellig werden würden. Und das ist so unsere Kernaufgabe und treibt mich auch richtig um. Also weil ich eben auch durch meine Vortätigkeiten weiß, wie sozusagen die andere Seite auf solche Verhandlungen guckt. Und ich jetzt aber auch durch die Arbeit in den letzten sieben Jahren nochmal erkannt habe, wie schwer die Rahmenbedingungen sind auf Trägerseite. Das ist tatsächlich wirklich nochmal was, was ich gelernt habe in dieser Zeit. Und das wirklich auch in diese Vermittlung mit reinzubringen, das ist mir ein Anliegen. Das wäre natürlich auch der Optimalfall, wenn alle am Ende zufrieden sind. Das wird man nicht immer hinkriegen, weil die Spreizung auch zu groß ist, aber dass wir mit unserer Arbeit da wirklich ein Teil von Lösungen sind und nicht ein Teil von Problemen, das ist mein Anspruch. Das Motto des Jubiläumsjahres, nenne ich es jetzt mal, ist ja auch Hamburg sozialer machen. Jetzt haben Sie schon ein bisschen vorgegriffen, weil ich gerne wissen würde, was da jetzt so die größten Herausforderungen sind. Wo besteht denn da noch besonderer Nachholbedarf vielleicht auch, wo Sie sagen, da müssen wir auf jeden Fall hin. So wie jetzt eben zum Beispiel, was Sie angesprochen hatten mit den Männern in Kitas. Ja genau, also unser Motto ist, wir machen Hamburg sozialer. Das soll eben tatsächlich die Brücke schlagen in die letzten 100 Jahre, weil ich denke schon, ohne uns wäre die Trägervielfalt in der freien Trägerwelt nicht so groß, wie sie jetzt ist. Wir haben mit unserer Arbeit, mit der Unterstützung und der Beratung, glaube ich, schon dazu beigetragen, dass wir so eine Trägervielfalt in Hamburg haben. Und die ist uns auch wichtig, weil Vielfalt ist ja auch eins der Dinge, die wir wirklich fördern wollen. Aber wir wollen eben auch, dass das ist ein Motto eben für die Zukunft. Unser Anspruch ist für die Zukunft, Hamburg weiter sozialer zu machen. Und da gibt es eben noch viel zu tun. Ganz aktuell haben wir den neuen Armutsbericht als Paritätischer, den wir immer rausbringen. Und wir haben da jetzt wieder gesehen, dass Hamburg mit den neuesten Zahlen einen richtig fetten Anstieg beim Armutsrisiko hatte. Und das ist sozusagen auch gemeingesellschaftlich zu gucken, wie können wir durch soziale Arbeit Rahmenbedingungen für diejenigen in der Stadt, denen es nicht so gut geht, besser machen. Das ist was. Aber das bedeutet eben ganz konkret, dass die Träger, die diese Arbeit machen, gut aufgestellt sind. Und da hat mich eben schon gesagt, also Fachkräfte, die ganze Situation, wie kriegen wir die Menschen in die sozialen Bereiche, wie machen wir die sozialen Bereiche auch so attraktiv, dass junge Menschen sich auch wirklich dafür entscheiden können. Das ist natürlich eine Aufgabe. Und sozusagen da die Fachlichkeit auch zu diskutieren, hin zu einer Öffnung, dass mehr Menschen da arbeiten können. Das sind im Moment Dinge, die wir miteinander aushandeln müssen. Aber wir haben natürlich auch so ein Thema, wir gucken schon auch auf Klimawandel, wir gucken auf Nachhaltigkeit. Das ist jetzt nicht das Erste, was Leute bewegt, wenn sie zu uns Mitglied werden. Aber wir müssen natürlich, wenn wir uns angucken, wie sieht die Arbeit in 20, in 30 Jahren aus, wird das ein Thema sein. Wir werden auch da nachhaltiger und klimafreundlicher werden müssen. Und solche Themen auch anzustoßen, ist uns wichtig. Oder wahrscheinlich auch Auswirkungen des Klimawandels spüren, weil Migration sich ja wahrscheinlich nochmal verändern wird, auch dadurch. Auch das ist sozusagen einer der Bereiche, die wir mit abdecken. Und ich glaube auch Migration und Integration ist eins der Dinge, die wir bei, wenn wir Fachkräftemangel, ist nicht die Lösung, aber ist ein Baustein von Lösung. Und das kann man gut machen oder nicht so gut machen. Ja, oder so frame oder so frame. Es ist ja oft ein Problem, kann ja aber auch irgendwie einen Vorteil bringen. Richtig, genau. Und deswegen ist das was, wo wir uns engagieren und das wird auch die nächsten Jahre überhaupt. Migration und Flüchtlingsbetreuung wird auch ein Thema sein, was gut oder nicht so gut gemacht werden kann in dieser Stadt. Jetzt geht es ja vor allem auch um Gelder. Die werden ja sozusagen politisch festgelegt. Wie sehen Sie denn das politische Engagement im sozialen Bereich in Hamburg? Sie kommen ja aus dem Bereich, haben da wahrscheinlich nochmal eine andere Sicht drauf als ehemalige Sozialministerin. Wie sehen Sie da die Arbeit? Naja, also wir werden immer welche finden, denen es nicht reicht. Uns ist durchaus bewusst bei unserer Arbeit, dass wir hier in Hamburg als Stadtstaat eine gute Situation haben, überhaupt zu verhandeln. Das ist in Flächenstaaten ganz anders, wo die kommunale Ebene eben tatsächlich finanziell nochmal Verantwortung trägt für viele Bereiche. Wir merken im Moment tatsächlich, dass es auf der einen Seite einen großen politischen Anspruch gibt, Tarife zu finanzieren. Aber in der Wirklichkeit das eben manchmal nicht erfolgt. Und bei der Spreizung der Tarife ist das ein echtes Problem. Die sind ja in den letzten drei, vier Jahren doch relativ weit auseinandergefallen. Und da gibt es tatsächlich Probleme. Man kommt mit, ich sage jetzt mal, mit einer Steigungsrate in einem Bereich bei den verschiedenen Tarifen nicht mehr aus. Sich die Tarife anzugucken, macht Systeme wieder sehr komplex. Das sind so Dinge, die müssen wir miteinander auch politisch ausverhandeln. Also da muss es eben in einigen Bereichen ist klar, da müssen Tarife refinanziert werden. Aber wie kriegen wir das jetzt im Miteinander wirklich gut hin, ohne dass sich alle immer über alle Zahlen setzen müssen? Wir müssen ja bei bestimmten Dingen auch Sachen pauschalieren. Und trotzdem muss es gerecht und auskömmlich sein. Aber keiner soll Geld kriegen, was er nicht braucht. Das kann ich schon auch verstehen von der Gegenseite. Das sind die Dinge, die im Alltag wirklich das Klein-Klein ausmachen, aber die auch wichtig sind. Und diese Arbeit muss jemand tun. Und dazu sind wir als Wohlfahrtsverband wirklich die Richtigen. Hilft Ihnen da Ihre Erfahrungen sozusagen von der anderen Seite, wie Sie es gerade schon gesagt bei solchen Verhandlungen? Ja, manchmal schon. Also weil ich einmal auch weiß, wie Finanzströme und Haushaltsverhandlungen auf der anderen Seite laufen. Das heißt, bestimmte Realitäten kann man dann auch nicht wegdiskutieren. Auf der anderen Seite weiß ich eben jetzt, wie gesagt, auch wie die Träger wirklich arbeiten. Anders nochmal, wie sie wirklich arbeiten und mit welchen anderen Rahmenbedingungen sie Probleme haben. Das ist nochmal was. Aber auch das Verständnis oder ein Teilübersetzungen, ein Teil ist ja tatsächlich auch unserer Aufgabe, das gegenseitige Verständnis füreinander sozusagen weiter zu schärfen. Und da ist natürlich die Kenntnis von beiden Seiten einfach wichtig. Oder ist eine Hilfe in der Übersetzung. Aber dadurch kriege ich nicht alles automatisch besser hin. Aber ich verstehe manchmal, warum es nicht funktioniert oder freue mich, wenn es dann gut funktioniert. Oder kannst du nachvollziehen. Ja, genau. Wenn wir mal schauen, was in den letzten Monaten und Jahren so passiert ist. Sie haben ja eigentlich auch jede gesellschaftliche Veränderung irgendwo mit. Wir hatten ja die Corona-Pandemie, den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, die Inflation, die daraus resultierte. Dann spricht man oft von Polykrise. Also viel auf einmal. Anfang des Jahres hatten wir diese Enthüllung von einem Treffen von Rechtsextremen in Potsdam, wo es darum ging, millionenfach Menschen zu vertreiben aus Deutschland. Das alles macht ja was mit uns. Letztes Jahr, dieses Jahr zu den größten Demonstrationen gekommen, die es in der Nachkriegszeit eigentlich in Westdeutschland zumindest je gegeben hat. Es führt ja aber auch irgendwo zu einer Spaltung. Zumindest fühlt es sich so ein bisschen so an. Wie sehr beschäftigt Sie auch das als Wohlfahrtsverband? So verhärtete Fronten, ist das ein Thema bei Ihnen? Naja, also die Sachen betreffen uns unterschiedlich. Aber Corona war sozusagen, das war im sozialen Bereich der Einschnitt. Also das ging ja los mit, dass die Hilfsmittel nicht da waren, dass Wege organisiert werden mussten, dass auch da Finanzströme geregelt werden mussten, dass wirklich auch nochmal deutlich geworden ist, wie relevant der Bereich ist, dass der funktioniert. Also dieses Ingriff mit Krankenhäuser wurde geklatscht, aber im sozialen Bereich in der Jugendhilfe, in den gesamten stationären Einrichtungen in meinem Bereich, da war das Wahnsinn. Die waren nicht alle im Fokus. Da waren vor allem die Krankenhäuser und die Altenheime im Fokus. Und wir wissen heute, dass manche Maßnahme, die wir da ergriffen haben und vor allem auch für die Kinder und Jugendlichen nicht richtig waren. Und wir haben natürlich mit den Auswirkungen zu kämpfen. Also neben den faktischen Sachen, dass wir da wirklich viel organisiert haben an Austausch, an Fließen von Geldern, an Verteilen von Materialien, war das ist das, was auch nachhaltig noch bis heute sich zeigt in dem Umgang mit, gerade mit Kindern und Jugendlichen. Und diese anderen Entwicklungen, die betreffen uns auch, beziehungsweise wir haben den Anspruch, dass sie uns betreffen. Also tatsächlich die Demokratisierung in unserem Land, also was da an Gefahren droht, dass wir das zu unserem Thema machen, das ist tatsächlich seit Anfang des Jahres auch unser Thema. Also wir überlegen eben dann auch nochmal, wir rufen auch mit auf Veranstaltungen, überlegen aber auch eigene Sachen zu machen, auch Fachveranstaltungen und auch natürlich, dass Träger wirklich das Thema haben. Was ist denn eigentlich, wenn ich jemanden, der rechtsgerichtet ist, in meiner Mitarbeitendenschaft habe oder bei meinen Klienten, da muss es einen guten Umgang mit geben und einen ordentlichen Umgang, aber eben auch eine Haltung. Und da haben wir eine Haltung und die ist ganz klar und die vertreten wir auch an der einen oder anderen Stelle, wo es angebracht ist. Ist jetzt nicht jeden Tag bei jeder Art von Arbeit bei uns ein Thema, aber ist natürlich eine Grundeinstellung und macht unsere Arbeit auch aus und zeichnet uns als paritätischer Wohlfahrtsverband auch aus. Erleben Sie da auch dadurch, also das ist ja oft so, es wird eine klare Haltung gezeigt und dann erlebt man Anfeindungen. Ist das bei Ihnen auch der Fall oder spüren Sie da irgendwie was in dieser Zeit, in diesen Zeiten? Naja, also das ist sicher, also ob es bei dem einen oder anderen Träger auch da nochmal andere Konflikte gibt, aber da die Haltung, die wir vertreten, ja nun auch die ist, die Gott sei Dank von der Mehrheit der Bevölkerung vertreten, ist es nicht so. Aber mir fallen noch andere Konflikte tatsächlich ein, wo wir merken, ah da wird die sozusagen, Sie haben es eben größere Spaltung genannt, aber eine Verhärtung der Positionen. Also wir haben, wenn man sich überlegt bei den Kindertageseinrichtungen, da ist natürlich ein bisschen die Frage, wie werden religiöse Feiertage begangen oder nicht? Und in einer Gesellschaft, wo nicht mehr alle den gleichen Glauben haben, muss man das jeweils miteinander ausdiskutieren. Und das führt vor Ort natürlich zu Streitigkeiten. Und da auch eine Toleranz miteinander zu pflegen und trotzdem bestimmte Dinge sozusagen noch ausüben zu können oder miteinander ausüben zu können, auch tatsächlich sozusagen eine breiter aufgestellte Situation mitzutragen. Das sind Dinge, die im Alltag die Träger beschäftigen. Und da versuchen wir auch, helfen zu sein, da aber nicht alles über einen Kamm geschert werden kann. Also das ist eben auch tatsächlich, da sind wir natürlich auch so tolerant, bestimmte, so eine Breite mit zu vertreten. Aber dass es da eine neue Art von Diskussions, ich nenne es jetzt mal Diskussionskultur gibt, das erleben wir schon und das fordert uns natürlich auch aus. Ja, ich wollte das jetzt auch nicht irgendwie als Spaltung alles bezeichnen. Natürlich, es wäre schön, wenn sich dann in dem Bereich oder in dem Kreis auch darüber gestritten werden kann. Das ist ja auch was Gutes. Wenn sich dann irgendwie Politiker aus anderen Bundesländern dazu einmischen, zu einem Weihnachtsbaum in der Kita oder so, dann trägt das vielleicht wieder zu anderen Dingen bei. Genau, aber es ist tatsächlich eine neue Diskussion. Das ist tatsächlich so, das hat sich verändert. Aber das ist ja auch gut, dass es sich verändert. Und das sind gesellschaftliche Prozesse, die wir miteinander austragen müssen. Die wir durchhalten müssen. Die wir durchhalten müssen. Und da finde ich sozusagen so ein Ort von so einer Verbandsarbeit gar nicht die schlechteste Möglichkeit, das ordentlich miteinander auszutragen. Ja, da wo viele zusammenkommen vor allem. Wie sieht denn so Ihre Utopie aus? Was ist so das Zukunftsszenario, was Sie sich irgendwie wünschen würden oder wofür Sie auch jeden Tag arbeiten? Also ist es das, sich keiner mehr groß Gedanken machen muss, die Dinge, die wirklich wichtig sind zu finanzieren? Ist es sich nicht mehr so große Sorgen oder keine Sorgen mehr, wenn wir über Utopien sprechen, keinen Fachkräftemangel mehr zu haben? Was ist so das, die Utopie? Ja, lustig. Genau. Also so eine Utopie wie, wir haben keinen Fachkräftemangel mehr, die hätte ich jetzt, die würde ich mich gar nicht trauen zu haben. Aber nicht, weil ich mir es nicht wünsche, sondern weil ich ein Stück wahrscheinlich da sozusagen so viel Erfahrung mittlerweile habe, dass ich weiß, es wird immer solche Sachen geben. Meine Utopie ist nicht, dass alles sorglos wird, aber dass es eine gute Miteinander-Aushandeln gibt, was die Prozesse angeht. Und ein richtiger Wunsch wäre, dass es nicht nur um Geld, sondern auch um Inhalte geht. Nun weiß ich, und das habe ich erlebt in meiner beruflichen Laufbahn, dass Inhalte irgendwann dann auch immer in Geld enden. Aber ich erlebe im Moment die Prozesse fast ausschließlich an, was können wir uns leisten orientiert und gar nicht mehr an, was wäre eigentlich wichtig und richtig. Also sozusagen so einen guten Prozess bei Menschen mit Behinderung, da haben wir nun auch in den letzten Jahren wirklich einen Wandel in der gesetzlichen Grundlage erlebt und zu gucken, was ist Teilhabe, was tun wir dafür, was wollen wir eigentlich mit psychisch Kranken in dieser Stadt. Diese inhaltliche Auseinandersetzung, die finde ich wichtig und die würde ich mir in allen Bereichen wünschen. Also auch eben, was stellen wir uns an Kinderbetreuung vor, was ist unser pädagogischer Anspruch, was soll in der Kita passieren. Das hat hinten dann auch immer wieder Auswirkungen aufs Geld. Das muss dann bezahlt werden. Aber die Diskussion gar nicht mehr zu führen, weil man die restriktiven Regeln des Geldes schon im Kopf hat, das finde ich ein bisschen schade. Und wir werden das sicherlich auch neben den inhaltlichen sozialen Themen vermehrt in der Zukunft für die Bereiche Klima, Demokratie, Rechtsextremismus bekommen und das sozusagen wirklich inhaltlich zu besprechen. Das ist ja gar nicht so sehr Utopie, aber dass wir da den Mut haben, das auch durchzustehen und immer wieder einzufordern. Das ist was, was ich mir wünsche, aber ich glaube auch, das kriegen wir miteinander hin. Für den sozialen Bereich finde ich es tatsächlich gut. Wohlfahrtsverband, mir ist die Gemeinnützigkeit an der Stelle schon wichtig. Also das, weil das ist schon sozusagen Kernbereich unserer Arbeit, dass es nicht darum geht, dass jemand da Geld rauszieht. Und das finde ich einen eigenen Wert. Der muss überall auch ordentlich gelebt werden bei uns und der finde ich auch ist mit solchen Sachen wie Gemeinwohlverantwortung auch gleichzeitig verbunden. Aber das weiter zu stärken in den nächsten Jahren und nicht alles sozusagen zu ökonomisieren, das ist mir auch ein echtes Anliegen. Das heißt, ich bin auch wirklich mit voller Überzeugung in einem Wohlfahrtsverband, der für Gemeinnützigkeit steht. Und das würde ich mir auch wünschen, dass das von der Politik weiter unterstützt wird. Weil das ist ein, ich glaube, wir kriegen es anders, sonst in Zukunft nicht gut und verantwortungsvoll hin. Also wir haben es ja, das wird immer so Wellen geben. Wir haben es im Gesundheitsbereich gehabt, aber für die anderen Bereiche gibt es dann auch so Wellen. Und da ist mir wichtig, dass wir die Gemeinnützigkeit hochhalten und die Vorteile, die es gibt, auch wirklich betonen. Also das ist der Stand jetzt. Dann lassen Sie uns nochmal einen Blick so ein bisschen in die Zukunft werfen. Was macht Ihnen Hoffnung? Oder wo sehen Sie da, was Sie gerade angesprochen haben, vielleicht auch schon gute Fortschritte? Wo geht es in die richtige Richtung? Oder was macht Ihnen allgemein in Hamburg in dem Bereich Hoffnung? Na, in Hamburg nehme ich uns als Zivilgesellschaft schon ein Stück weit sehr solidarisch. Das ist auch einer der Vorteile des Stadtstaates, weil alles sehr eng ist, sehr gut war. Aber da können wir auch noch besser werden. Und wir haben natürlich einfach im Moment große Herausforderungen. Das muss man einfach so sehen und die werden zu Reibungen führen. Und da wäre wichtig, dass Reibung fair ausgetragen wird und dass sie auch ein Stück weit als Weiterentwicklung und Gewinn betrachtet wird. Das finde ich schon echt wichtig. Und mir macht schon Mut, also die Träger und auch der Baridelische selbst, wir sind schon manchmal unglaublich innovativ und es gibt richtig gute Ideen. Also sich nochmal Bereiche anzugucken, für eine bessere Zukunft zu sorgen. Mir fällt ein, wir haben ein Projekt, das kümmert sich um Kinder psychisch kranker Eltern. Und das macht mir so einen Spaß oder es ist mir auch so wichtig, weil sozusagen da können wir tatsächlich, wenn wir das gut machen, was verhindern, was sonst, wenn man es einfach laufen lässt, wenn man die Kinder nicht rechtzeitig da abholt, wo sie sind und stärkt in ihrer Situation, später mit hoher Wahrscheinlichkeit Probleme gibt. Und es ist dann nicht nur etwas, was den Kindern im hier und jetzt hilft und die Familien insgesamt entlasten, sondern was die Gesellschaft in Zukunft auch entlastet. Und sowas finde ich so innovativ und gar nicht nur am Klein-Klein gedacht, sondern wie kriegen wir es hin, Probleme, die wir jetzt schon kennen und sehen, frühzeitig zu lösen. Und das macht mir natürlich total Mut, wenn wir sowas haben. Und das gibt es an mehreren Stellen sowas. Das ist doch ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Das nehmen wir mal als Mut und als Hoffnung mit. Oder auch als das, was gerade umgesetzt wird. Es wird ja schon umgesetzt und wird wahrscheinlich einen guten Impact auf die Zukunft haben. Ich hoffe das, ja. Dann vielen Dank, dass Sie heute da waren und wir über die 100 Jahre paritätischer Wohlfahrtsverband in Hamburg gesprochen haben. Dankeschön. Ja, ich danke Ihnen auch. Hamburg aktuell. Das ist euer Stadtnachrichten-Podcast hier bei Hamburg 2, montags bis freitags immer um 17 Uhr. Und was ist heute sonst noch los in der Stadt? Hier ist unser aktueller Hamburg-News-Überblick mit Markus Steen aus unserer Stadtnachrichten-Redaktion. Das ist mal wieder so ein Fall, wo man sich fragt, was in den Köpfen mancher Menschen so vor sich geht. Nachdem eine schwarze Frau letzten Dienstag in Barmbick beleidigt und bespuckt wurde, braucht unsere Polizei jetzt eure Hilfe. Denn sie sucht noch nach dem Täter und nach Zeugen, Sam Luke. Ja, die Polizei geht von einem rassistischen Motiv aus. Die 32-jährige Frau war auf der Bramfelder Straße im Baustellenbereich zwischen Haferkamp und Fenningsbusch unterwegs zur Arbeit, als sie von einem etwa 50-jährigen Fahrradfahrer rassistisch beleidigt und angespuckt wurde. Später hatte der Mann noch beim Wegfahren beleidigende Gesten gezeigt. Der Mann soll gut 1,80 groß sein, dünn, blass, kurze, teils graue Haare und komplett schwarze Kleidung getragen haben. Die Polizei hofft jetzt insbesondere auf Rückmeldung einer Frau, die der 32-Jährigen geholfen und den Täter noch verfolgt hatte. Danke, Sam Luke. Wenn ihr also etwas wisst oder gesehen habt, meldet euch bitte bei unserer Polizei. Es ist ein Engpass mit Ansage. Schon vor einem halben Jahr haben Insenator Andy Grote und Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer vor einer Überlastung des Unterbringungssystems für Geflüchtete gewarnt. Nun ist es soweit, Marc, jetzt sind sogar wieder Zelte in Parks im Gespräch. Notfalls plant die Sozialbehörde tatsächlich, Geflüchtete in Zelten, in öffentlichen Parks und auf Festplätzen unterzubringen. Scharfe Kritik daran kommt von der Hamburger CDU. Hamburgs CDU-Chef Dennis Thering spricht von einer Bankrotterklärung des rot-grünen Senats, die Stadt sei überfordert. Turnhallen werden dann sicherlich bald noch folgen, so Thering. Er kritisiert, dass Bund und Länder noch immer keine wirksamen Maßnahmen ergriffen hätten, um den Flüchtlingszustrom nach Deutschland und Hamburg zu begrenzen. Wo Geflüchtete stattdessen kurzfristig unterkommen könnten, hat er allerdings auch nicht gesagt. Danke, Marc. Aber vielleicht hat unsere Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer ja zugehört und arbeitet wenigstens an einer Lösung. Bekannt ist das Problem schließlich lange genug. Zum Schluss noch eine gute Nachricht. In diesem Jahr gibt es bei der Deutschen Bahn keine Streiks mehr und damit auch nicht mehr bei unserer S-Bahn. Die GDL und der Konzern haben sich im Tarifstreit geeinigt und zwar auf ein Wahlmodell, bei dem die Mitarbeiter selbst entscheiden können, wie lange sie arbeiten wollen. Ab 2026 gibt es die Möglichkeit, auf 37 Stunden pro Woche runterzugehen. Drei Jahre später auf 35 Stunden. Thomas, wäre dieses Modell nicht auch was für andere Branchen? Also ganz klar, ja. DB-Personalvorstand Seiler spricht von einem intelligenten, flexiblen Modell, das durchaus Schule machen könnte. Was den Teil der Arbeitszeit angeht, glaube ich, haben wir ein gutes Ergebnis, was aus meiner Sicht auch richtungsweisend durchaus für die Bundesrepublik Deutschland sein kann, weil dort wird ja auch immer wieder über dieses Thema diskutiert. Interessant ist das in jedem Fall. Danke, Thomas. Diese und andere Meldungen des Tages hört ihr jede Stunde immer um halb, in den Hamburg 2 News tatsächlich die meisten Nachrichten aus unserer Stadt. Hamburg aktuell Das ist euer Stadtnachrichten-Podcast, hier bei Hamburg 2, montags bis freitags, immer um 17 Uhr. Und morgen, da ist dann Judith Hauber von der Kriminologischen Forschungsstelle der Hamburger Polizei zu Gast. Sie analysiert die Arbeit der Polizei, damit die bestmöglich weiterentwickelt werden kann. Dazu läuft aktuell eine bundesweite Befragung zur Sicherheit und Kriminalität in Deutschland. Dabei geht es um Themen wie Opferwerdung und Anzeigeverhalten, aber auch um das eigene Sicherheitsempfinden. Was sich die Polizei davon erhofft und wie das die Arbeit der Hamburger Polizei beeinflussen könnte, das hört ihr morgen um 17 Uhr in der nächsten Folge von Hamburg aktuell. Abonniert uns, empfehlt uns weiter und für Kritik, Fragen, Vorschläge und Anregungen, da könnt ihr euch jederzeit bei uns melden unter stadtnachrichten at hamburg-2.de. Ich bin Marc Elvers, bis morgen. Hamburg aktuell, der Stadtnachrichten-Podcast von den Radiosendern Hamburg 2 und Radio Hamburg. Hamburgt